Es gibt mittlerweile auch einen Cartoon-Dog. Warte mal, könnt ihr das sehen? Davon! Er ist hinter uns her. Das gibt's ja nicht. Er ist hinter uns her. Nein, 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 nein. Doch, ich glaub das nicht. Kommt mit, Leute. Kommt mit. Kommt mit. Kommt mit. Kommt mit. Oh mein Gott. Schön, dass ihr gleich eingeschaltet habt. Leute, erstmal, bevor wir das Ganze loslegen, lasst jetzt erstmal ein Abo da und vielleicht 2000 Likes. Aber erstmal möchte ich euch die Geschichte erzählen, die mir gerade wieder fein ist. Deswegen bin ich auch so aufgeregt, Leute. Ich bin gerade aufgestanden, hab mir erstmal einen wunderschönen Kaffee gemacht, hab mir dabei nichts gedacht. Wollte mit euch den Livestream starten und dann wollte ich mich einfach mal hierher setzen. Genau hierhin hab ich mich gesetzt und hab erstmal den schönen Sonnenaufgang genossen. Und dann ist mir das aufgefallen. Ihr glaubt es nicht, Leute. Mir ist eine Kreatur aufgefallen, aber sie war ein Hund gewesen. Aber es war kein normaler Hund, Leute. Es war kein normaler Hund, Leute. Wo ich rausgeschauen hab, ist mir eine Figur aufgefallen, die so ähnlich wie Cartoon-Dog ausgesehen hat. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich noch an Cartoon-Cat erinnern. Es gibt mittlerweile auch einen Cartoon-Dog und der kann auch laufen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, die können sich in verschiedene Richtungen paralysieren. Das heißt, ich hab ihn ganz kurz gesehen und er war weg gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Cartoon-Dog war. Ihr glaubt mir jetzt wahrscheinlich nicht. Genau hier hab ich's rausgesehen, ja. Genau hier. Und genau in diesen Wäldern war Cartoon-Dog der gewesen. Ich hab rausgesehen und dann war er gleich weg gewesen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ihr jetzt das Ganze glaubt. Weil manchmal glaub ich das auch nicht so ganz. Deswegen dachte ich mir mal, wir schnappen uns sofort die Drohne und schauen jetzt gleich mal sofort nach, wo dieser Cartoon-Dog sein kann. Die Drohne ist sogar schon stark klar. Ich würd sagen, wir packen mal gleich mein Handy und schauen, dass wir mit der Drohne genau hier draußen mit ihr auch zu warten. In diesem Fall Cartoon-Dog bekommen. Controller ist da. Okay. Ich hab' ich auch noch mal, ob wir Cartoon-Dog bekommen. Ach, Cartoon-Dog bekommen. Was? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir wirklich von dort die Drohne starten können. Aber... Wisst ihr was? Ich würd sagen, wir versuchen es einfach mal, weil wir hier schon, so wie ihr hier sehen könnt, so eine Öffnung haben und wir können die Drohne auch wieder landen. Das heißt, Cartoon-Dog kann niemals so weit hier hochkommen, Leute. Er kann, er schafft es nicht. Wie soll er schaffen? Von hier oben, in diesen Garten zum Beispiel, ja. Hier hochkommen. Funktioniert nicht, Leute. Deswegen würde ich sagen, lasst uns die Drohne starten. Dann lasst uns mal starten. Okay, ich bin auf jeden Fall mal schon mal da. Es ist ja das Problem, es ist riesig, das Ariane. Aber, oh, ich hab' ein schönes Apartment. Heftig. Okay, ich weiß. Ja, vielleicht soll ich mal die Fenster putzen. Ach, egal. Wir suchen einen Cartoon-Dog. Mann, ey. Ich lass mich aber auch wirklich von allen extrem ablenken. Da würde ich sagen, lasst uns doch... Denkt ihr so auf dem Dach? Ach komm, kann ich mir nicht vorstellen. Wieso? Ich hab' ihn doch hundertprozentig gesehen. Er müsste, wenn dann, müsste er in diesem Wald sein, wie ihr sehen könnt, ja. Lass uns mal, lass uns mal ein bisschen mal herunterfliegen formen. Runde sind ja auch nicht so riesig, ja. Wie Siren Head oder sonst was. Deswegen kann ich mir schon eher vorstellen, dass ihr irgendwo unten ist, Leute, ja. Er müsste wahrscheinlich echt irgendwo unten sein. In diesen Gebüschen oder Wäldern. Deswegen, Jakob, ich versuche mal ein bisschen weiter runter zu gehen. Ich hab' auch Angst, dass die Drohne irgendwie... Oh, zu Glück mir das passiert. Reingelegt, Leute. Ich bin guter Drohnenpfleger. Ich hab' mittlerweile echt viel dazugelernt mit Drohnen, muss man sagen. Aber lass uns mal weiter fliegen. Okay, das sind diese Bäume, ja. Und ihr sehen könnt. Vielleicht, also ich hab' ihn in so einem Baum vorhin gesehen. Da war ich mir hundertprozentig sicher. Hinter so einem Baum war gestanden. Ich schaue sie raus. Zack, war auf einmal da. Ja, ja, also ich kann mir schon ziemlich gut vorstellen, dass... Warte mal, könnt ihr das sehen? Da vorne steht ein Cartoon doch. Ich glaub' das nicht. Warte mal, er steht hier hinter dem Busch. Er steht hier hinter dem... Er ist weg. Hä? Da war hundertprozentig Cartoon-Talk gewesen. Wartet mal. Ihr habt ihn doch auch gesehen, oder? Lass uns doch mal ein bisschen weiter runterfliegen. Da war hundertprozentig Cartoon-Talk. Hey, das ist doch... Okay, da... Er steht da hinten. Was soll mir machen? Er steht hinter dem... Busch. Ey, das glaub' ich jetzt nicht. Ey, das glaub' ich jetzt nicht. Da war hundertprozentig Cartoon-Talk gewesen. Okay, lass uns mal wieder hinfliegen. Lass uns mal ein bisschen weiter höher fliegen. Ey, das kannst du nicht sein. Er war hundertprozentig da gestanden. Ihr habt's gesehen, Leute. Ja, warte mal. Ich muss wieder zurückfliegen. Ja, ist schon gut. Okay, ne. Da vorne ist der Eingang. Da vorne ist mein... Ja, okay. Da vorne ist das Apartment. Da steh' ich ja wieder. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Das heißt, wir müssen hier unten irgendwie... nach Cartoon-Talk schauen. Aber wo? Warte mal. Ich hab' keine Kontrolle über die Drohne mehr. Warte mal, nein, 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 ich bin das echt nicht gut. Drohnenflieger. Nein, 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 sie schützt ab, sie schützt ab. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 nein. Ich hab' Leute, ich hab' keine Kontrolle mehr, ich hab' keine Kontrolle mehr, ich hab' keine Kontrolle mehr. Ich hab' keine Kontrolle mehr, ich hab' keine Kontrolle mehr, ich hab' keine... es gibt so nicht jetzt kann ich schon wieder durch diesen ganzen dschungel gehen jedes mal das gleiche ich habe auf jeden fall wieder den drohnen tracker dabei das heißt wir können auf jeden fall nachvollziehen mein gott fast reingelaufen wo die drohne ist leute wir müssen da echt hundertprozentig aufpassen ich bin echt ziemlich glücklich die drohne liegt auf jeden fall hier unbeschädigt ich konnte sie nur hier ich höre ich höre doch da nicht gerade eben karton talk oder die hat gerade selber gesehen wir haben den beweis in diesem wald hier hinten wir haben auf jeden fall die drohne ist schon mal richtig gut befindet sich karton talk oh mein gott okay wartet mal das heißt wir starten jetzt einfach noch mal ganz schnell die drohne versuchen das letzte mal noch mal zu beobachten weil ich gehe auf jeden fall nicht mehr rein leute ich gehe da nicht mehr rein und wir versuchen uns wenn er kommen sollte hinter so ein ding zu verstecken und er kann uns passieren aber er findet sich auf jeden fall hier drin leute okay dann lasst uns mal wieder starten jetzt fliege ich da echt wirklich noch mal rein es gibt es doch nicht aber ihr habt ihn auf jeden fall auch gesehen leute ihr habt auf jeden fall gesehen dass ich hier irgendwo karton köln befinden muss aber okay warte mal lasst uns mal weiter schauen ich bin mir nicht ganz so sicher also wir sollten auf jeden fall nicht so hoch fliegen weil wenn wir so fliegen hat das eh keinen sinn wenn wir so weit hoch fliegen ihr wisst es selber leute kann karton kunst uns karton dog ach man wie oft dennoch uns auf jeden fall nicht bekommen also ich versuche ein bisschen warte mal er müsste auf jeden fall irgendwo zwischen den bäumen sein ich bin mir 100% sicher das ist noch ein bisschen weiter schauen und wenn ihr irgendwas sehen kennt leute dann schreibt auf jeden fall bitte sofort in die kommentare rein ja was sonst mal hier das ist mal so mir hier erstmal stoppen wir hier schauen ob irgendwo sein kann was denkt ihr ich bin mir da so unsicher leute das kann doch nicht wahr sein wartet mal wartet mal wartet mal ein bisschen höher okay da ist auch nichts aber er war doch da drin hat die drohne angegriffen wo könnt ihr nur sein leute ich verstehe das nicht ich verstehe diesen hund nicht auf der wiese auch nicht gewartet mal lasst uns mal da oben da unten bin ich ja auf jeden fall ja dann lasst uns mal vielleicht mal erst mal ein bisschen weiter zurückkommen ja vielleicht könnt ihr auf dem dach drauf sein denkt er ist auf dem dach drauf kann ich mir nicht vorstellen aber man kann die wissen leute bei karton dog kann man die wissen hey der ist genauso fürchterlich wie karton cap das ist das problem an der ganzen geschichte wir sind auf jeden fall oben auf dem appartement da ist schon mal nichts hier schreibt gerade in kommentare dass er irgendwo in den mülltonen drin sein soll warum sollte karton dog sich in den mülltonen verschanzen leute kann ich mir nicht vorstellen aber wenn ihr sagt dann müssen wir eigentlich mal nachschauen oder ok dann lasst uns mal dann lasst uns mal zu den mülltonen fliegen wenn ihr das sagt aber ich kann mir nicht vorstellen dass karton dog ja ok hunde essen manchmal mülltonen so hat ne ihr wisst bescheid ok lasst uns mal ein bisschen näher hinfliegen müssen auf jeden fall aufpassen dass das dann nichts passiert halt ja da bin ja ich auf jeden fall dann lasst uns mal nach links fliegen das sind die mülltonen käme noch mal ein bisschen weiter ok was dieser ganze ich kann das nicht okay ich bin dieser ganze hin geflogen das ist meine mülltonen ich war doch gerade noch nicht offen gewesen oder ich war doch gerade noch wundertprozentig zu gewesen ich bin mir da wundertprozentig sicher angeregen doch ich glaube es nicht da wie gut da 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 Untertitelung. BR 2018